hallo zocker freunde weiter geht's in mad max ich wollte ja das letzte mal so ein bisschen die umgebung aufräumen haben dabei haben wir ja festgestellt dass hier so in der nähe liegende also was hier so an dem gebiet dran sitzt auch mit dazu gehörten deshalb habe ich überlegt ich fahre jetzt hier zu dem ballon mache aber erstmal ich fahre erst zu dem ballon und dann holen wir das oder je nachdem werden wir sehen wenn es wenn ich da nicht mehr komme ich nicht so dicht dran vorbei aber das will ich heute auf jeden fall auch noch mitnehmen und dann mal schauen was wir da zu entdecken was hier noch so an der grenze dran liegt will ich gucken dass sich da auch noch so ein bisschen weg machen dass hier gefahren level so ein bisschen sinkt weil wir haben ja noch ein gefahren level von drei und das will ich nach unten kriegen gut machen wir uns da ins auto und halts los ja nehmann gucken mal gucken was da noch alles in der nähe ist weil das scheint mich auch auf dieses gebiet wo wir sind auch mit auszuwirken und also zumindest ich würde gerade sagen kannst du auch mal die klappe halten weil ich kann mich sonst nicht so wirklich konzentrieren hier ne ich bin mal gespannt ob meine theorie so stimmt aber ich denke ja weil was was wir da oben freigeschaltet haben beziehungsweise aufgeräumt haben das hatte ja auch auswirkung es hat ja auch den level gesenkt und genau das will ich jetzt wissen ob das zu dem gebiet auch eine auswirkung hat warte mal der da hatte ich was gelesen ja was denn jetzt wasser geben wasser in der reicht nicht okay gut okay ja dann tut es mir leid jungs naja werde ich auf jeden fall auch noch ausprobieren werde ich bis stück noch mal die flasche voll kriegen nur diesmal hat es nicht gereicht halt fatima ich habe da was entdeckt da müsste ich auch mal hin aber das machen wir jetzt nicht das war jetzt nicht erstmal will ich den ballon weil ich habe ja den hund sowieso nicht dabei das heißt würde wenig sinn machen da ist der ballon okay sind die da drin jawohl so wie dazu kommt der hier rüber so noch einer ohne fahrschein kommt man nicht mal dazu nach dem auto zu gucken aber die haben nichts dabei gut weil die da ewig dazwischen kommen hier ich muss doch gucken ob ein auto in der nähe ist auch die backen dick hier noch einer nee echt mal haben ohnehin keine chance und dann sowas ne so gucke ich erstmal hier oben ich denke ich werde hier auch das gebiet absuchen müssen hier ist mit sicherheit wasser genau vielleicht begegnen wir den leutchen nachher noch mal dann können wir noch mal gucken was die für uns dann tun wenn wir dem wasser geben ok eins von drei gut das heißt sie sind drei stellen wo schrott liegt hier der schrott palette das heißt da gibt es ein bisschen mehr das finde ich gut ok was ist jedoch ich will mich erstmal hier umschauen da ist noch essen aber dann kann ich jetzt sowieso nicht weil voll da liegt auch noch mal schrott dann haben wir ja alle drei würde ich sagen ach nee der andere hat gar nicht gezählt das war ja was extra gut hier ist sonst nüchte dann gehen wir weiter halt da war der dritte ich fast dran vorbeigelaufen ja gut machen wir ja auch mal kurz anklopfen dann geht das auf so ist hier noch irgendwas benzin kann ist da ist der fall oder nicht okay wer mehr gleich sehen ach ja ist noch sprit drin ist randvoll aber der verbraucht auch ziemlich viel der schnell wieder leer gut der verbrennt ja das benzin richtig den sprit alles klar dass er da okay gut dann machen wir uns mal umschauen mal gucken was wir hier so finden da ist auf jeden fall was was ist das denn da ist eine vogelscheuche da auch in der nähe auch gucken nicht dass ich da über was über seht da ist auf jeden fall was hier nicht hier haben wir gleich zwei sniper okay ich würde ein auto ja ja bleib mal ganz entspannt muss erst mal hier gucken sniper okay hier muss aber noch mehr sein auf jeden fall da bin ich mir ziemlich sicher da oben siehste hätte ich spale übersehen das jeeds festung nö hier ist nix na war das echt schon alles ich habe jetzt mehr erwartet gut na so ist was ist das denn hm ok ja das war es anscheinend schon weil es nur noch die vogel schweigt da ist das wieder anscheinend war es das ich will noch mal so ein bisschen rum nicht dass ich doch was übersehen habe jo das scheint es gewesen zu sein ja ja das war es wohl ja das wieder die die festung gut dann würde ich sagen machen wir uns wieder runter da will ich hin den manchmal leer und dann müsste ich eigentlich noch mal den hund holen hier die minen beseitigen weil ich denke alles was hier so am rand ist wird sehr aus vorschlag geben dafür sein wenn ich da auch noch mal hin müssen gut machen wir uns wieder runter da hinten fährt er ok der kommt jetzt hier rum oder was ne er fährt weiter gut dann machen wir uns hier mal raus das heißt erstmal nämlich noch ein bisschen sprit mit weil ich bin ja zwischenzeitlich nicht in der festung gewesen das heißt ich habe in der zwischenzeit auch nicht getankt hier bleibt mal ganz ruhig nicht immer gleich aufregen wohl so viel dürfte nicht fehlen da dachte ich mir schon fast gut ok dann lassen wir hier kann es da haben wir im auto gut auf geht's dann machen wir da hinten jetzt auch alles blatt ja ja da sind doch diese leutchen warte mal warte mal warte mal halt jung ich will das jetzt wissen ja 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 bleibt mal ganz ruhig ok äh streivstoff ok gut halbe flasche wasser genommen mh auf jeden fall haben wir da irgendwas glaube ich mit freigeschaltet na ja wenn wir sehen ob sie es auszeit freundlich zu sein na ja eigentlich zeit sich immer aus meine man sollte auf jeden fall freundlich sein so arme schlucker da sind nichts haben ist ja auch eine ziemlich harte welt okay wie denn ist das echt schon alles da ist da so das haben wir platt jetzt muss ich gucken wo sind die tanks ok da kommen wir nicht so einfach rein wo sind die tanks da hinten sehe ich einen ich weiß nicht ob der dafür verantwortlich ist ok da kommen hier auch beim besten will nicht ok so nicht nein 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 das auto nicht kaputt meine fresse ok viel schaden hat es nicht gekriegt glücklicherweise aber wie komme ich da jetzt rein das ist jetzt die frage halt ne blödsinn mache ich denn machen wir erst mal das tor auf ok aber wie kriege ich das ding da aus oh so 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 Nichts da. Ja. Der ist futsch. Gut. Okay. Das da müssen wir auf jeden Fall hochjagen. Gut, nehmen wir den Sprit hier. So. Jawoll. So. Ja, Jumbug hat gerade sehr viel zu tun hier. Das Auto zu reparieren, weil das mal habe ich ein bisschen mehr kaputt gemacht. Als sonst, ne? So. Jawoll. Boom. Tür auf. Gut, aber ich will da auch mal gucken. Warte mal. Aha. Oh. Hier ist böse. Hier ist böse. Nö, das machen wir nicht. Wir gehen andersrum. Wir gehen andersrum. Da sind diese bösen Türme. Na, komm. Kleder rauf. Okay. Gut. Ja, holen wir sie. So, nicht. Oh, warte. Du kriegst jetzt auch auf die Decke. Äh. Ey, 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 ey. Warte mal. Ich muss hier raus. Sonst machen die mich alle. Nichts da. Alter, Schwede. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Alter. Weg hier, weg hier, weg hier. Warte mal. Meine Fresse. Nein, nein, nein. Ach, Mist. Ja, da hat es uns weghauen. Das ist auch blöd. Ich hätte da nicht runterspringen sollen. Jedenfalls nicht einfach so. Ich hätte erst mal von oben vielleicht ein paar Mal ein Gewehr wegmachen sollen. Aber ich hole das Ding. Das steht fest. Das räumen wir auf jeden Fall auf. So, ähm. Warte mal. Komm schon. Äh, nein. Dass der jedes Mal das wechselt. So, ähm. Da ist auch noch ein Turm. Okay. So, machen wir uns da rein. So, sehen wir da irgendwen. Äh, kriegt ihr nicht eh? Äh, jetzt. So. Gut. Noch irgendwas? Das machen wir auch noch kaputt. Gut. Noch irgendwas, was ich kaputt machen kann hier? Hm. Ne, anscheinend nicht. Gut. Probieren wir es nochmal. Okay. Ähm. Jetzt habe ich natürlich keine Munition mehr. Ja, komm rauf. Komm. Komm zu mir. Genau das, was ich erwarte. Genau. Schön. Einer nach dem anderen. Ja. Ja. So nicht. Alter Schmiede. So war das nicht gedacht. Nein. So nicht. Nein. So. Diesmal nicht. So. Ja. Ja. Nein. So nicht. So. Du genauso. Ja. Boah, nicht ein Hass auf die. Oh. Okay. Komm her, mein Freund. Komm. Ja, komm. Was denn? Mehr nicht? Das war schon alles. Große Fresse. Ein Schlag weg ist er. Gut. Ähm. Ich muss erstmal hier. Bisschen aufräumen. Gelle. Wie komme ich denn an die Insignie da oben jetzt dran? Ich habe keine, keine Gewehrkugel mehr. Jawohl. Jawohl. Da war es einer weniger. Uh, da liegt Schrott. Ähm. Da muss ich wohl. Moment. Ist hier noch irgendwo ein Kanister? Ach Leute, komm. Ein Kanister noch. Oder kann ich das irgendwie so aufmachen? Ne, ne? Ne, 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 ne. So kriegen wir das nicht auf. Schauen wir erstmal da oben. Schauen wir erstmal da oben. Ah, warte mal. Da könnte es vielleicht hingehen. Nö. Aber hier ist ein Kanister. Ich probiere das mal aufzusprengen. Stimmt, hier bin ich ja reingekommen. Ich depp. So, da. Okay. Ne, so komme ich da nicht ran. Okay. Ach, wahrscheinlich von der Seite da irgendwie. Das heißt, ich muss erstmal irgendwo durch hier. Gut, eine Meinungsverstärker nehme ich mal vorsichtshalber mit. Gut, da geht es. Oh, Wasser. Das ist gut. Gut, das ist immer auf jeden Fall. Man weiß ja nie, was kommt. So, Meinungsverstärker. Schrott. Da ist noch ein Meinungsverstärker. Irgendwie gefällt mir der besser. Der ist schön spitz. Ja. So, dann schauen wir mal. Ey, wieso hat der jetzt nicht geschlagen? Da stand doch E. Ich habe E gedrückt. Stattdessen lässt er die Waffe fallen. Ist echt nicht wahr. Was für ein Schrott. Benötige Explosionen. Ja, da vorne war ja ein Kanister. Holen wir den mal. Das ist der... Ich jetzt. So. So, wirf da mal hin. Dann holen wir den Meinungsverstärker wieder. Äh, nein. Ich will den Meinungsverstärker, nicht den Spritkasten. Oder Spritkanister. So. Schauen wir doch mal. Da ist irgendwas. Äh. Okay. Irgendwie geht es da bestimmt rein. Alter Schwede. Schauen wir hier. Ja, komm mal runter, mein Freund. Komm. Hau nicht ab hier. Feichling. So, ich will das mal hier gucken. Hm. So. Ist hier so ein... Nee. Da. Ey. Na. Lass den Scheiß. So. Endlich nimmt er da auch mal E. Halt, 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 halt. Hör doch mal auf. Nix da. Nein. Mist. Das gibt es doch nicht. Das kann es nicht sein. Ich kriege ja nicht zu viel. Echt jetzt? Da töten die Bischer wieder. Aber ich räume das Ding auf. Egal wie. Ist mal eh ja. Ich packe das. So, okay. Transfer-Tank. Den muss ich alle machen. Auf jeden Fall. Da muss ich weiter, ne? Gut. Zum Glück brauche ich nicht ganz von vorne anfangen. So. Meinungsverstärker. Den nicht liegen lassen. So. Ja, ja. Komm mal her. Komm mal her. Ey. Zu früh geschlagen. Nein, 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 nein. Komm her, komm her, komm her, komm her nach vorne. Schön einzeln. Ja, ja, komm. Ja. Nein, 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 lass das. Ich muss mal gerade hier so ein bisschen flüchten. Sonst machen die mich nämlich alle hier. So. Erst mal hier einen Schluck nehmen. Ja, ja, komm mal her, komm. Da. Ey, 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 lass das. Der geht mir so auf den Senkel. Na, lass den Scheiß, Mann. Ich hasse den Typen. Ich hasse den so dermaßen. Vor allem der... Ich peile auf ihn und Max schlägt einen anderen. Ja, nee, ist klar. Aber ich krieg den. Da bin ich mir ganz sicher. So einfach machen die mich nicht aller hier. Gut. Nochmal hier durch. Nochmal darauf. So. Gut. So, komm her, komm. Komm her. So. So. Komm. So. Der darf mich nur nicht zu packen kriegen. So nicht. Ich will doch den, den da. Den will ich. Ist mir egal. Du kommst als erster weg. So. Komm her. Komm her. Das gibt's ja nicht. So, erstmal hier nach vorne. So, erstmal kurz rennen. Schluck nehmen. Dass wir nicht gleich wieder tot sind. Ja, ja, kommt her. Komm. Ihr seid jetzt alle dran. So nicht. Ja, ja. Hier bin ich. So. So. Tschüssi, Koski. So. Dann schauen wir mal. Den Segen hier muss ich da runter gehen. Ich muss auf jeden Fall Patronen finden. Sonst habe ich hier Problemchen. Ich will da jetzt mal gucken. Hier ist nichts weiter. Wie es aussieht. Da auch nicht. Echt jetzt? Bin ich umsonst hier runter. Gut. Machen wir uns weiter. Schön alles durchsuchen. Oh. Hier stehen aber viele Kanister. Ja. Patronen. Ohne die kriege ich mich die Insigni da nicht weg. Moment. Weil ihr da so komisch an der Luft hängt. Halt, warte. Genau. So. Das hätten wir. Dann hier nochmal schauen. Benzinkanister. Nehmen wir mit. So. Und dann sind sie hier irgendwo Tanks noch. Dann muss ich mal gucken. Wo die hier sind. Ähm. Irgendwo sind die hier. Da steht fest. Und da unten muss ich auch noch irgendwie rein. Da. Jawoll. Ach. Der hängt ja auch noch da. Wo? Da haben wir auch noch eingekriegt. Egal. Aber er ist unten. Würde ich sagen. Gut. Vorsichtshalber. Bisschen nachtanken. Gut. Dann. Meinungsverstärker. Auf jeden Fall noch mitnehmen. Hier ist nichts. Da oben schauen. Gut. Ah. Da kann man nochmal runter. Aber ich will das mal hier. Das wäre wahrscheinlich brauchen. Ich nehme die Spritkanister mit. Die Tiefe ist das da. Hier kann man runterhelfen. So. Ah. Passt ja. So. Hier hinten in die Ecke geht. Dass man nicht so viel abschicken. Wow. Jo. Aber da fehlt noch ein bisschen was. Ich habe dann nicht gesehen, dass da noch Schrott ist. Und ich muss da erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Das heißt. Müssen wir erstmal schauen. Ja. Insignien. Da fehlen noch zwei. Und Schrott fehlen noch drei. Historisches Relikt fehlt noch. Eins. Also da haben wir noch ein bisschen zu tun. Gut. Ja. Die Gefahrenstufe ist gesunken. Aber es bringt uns herzlich wenig. Wenn wir hier. Nicht alles finden. Also ich will auf jeden Fall alles haben. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da rankommen soll. Ich habe noch keine Idee. Weil da ist auf jeden Fall noch was. Da in die Ecke. Und keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Okay. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wo war denn das? Wo ich das gesehen hatte. Das war da war das. Wenn ich da hochgehe. Genau. Und einmal so komplett rum. Könnte vielleicht gehen. Dass ich da irgendwie reinkomme. Also da ist der Schrott. Und da ist auch die Insignie. Keine Ahnung. Ah. Ah. Da durch. Hier. Genau. Dann kommen wir da auch rein. Gut. Machen wir das kaputt. Sehr gut. Hier ist Schrott. Ja nun eben schon. Ich mal. Und irgendwo war auch noch so ein anderes Teil. So ein Relikt oder sowas. Muss hier irgendwo noch sein. Ich weiß es nicht, wo ich das gesehen habe. Deswegen war der Platz hier. Weil man da noch durch musste. Ja. Und ich bin vorhin weggegangen. Ohne das mitzunehmen. Weil ich es nicht gesehen hatte. Naja. Macht ja nichts. Haben sie trotzdem gefunden. Hm. Aber wo? War nochmal das Relikt. Das ich da finden muss. Hier. Hier komme ich nicht durch. Nein. Hier ist nix. Nö. Irgendwo hatte ich das. Da war das. Wie komme ich da ran? Da von oben. Das heißt. Ich muss da irgendwo rauf. Und dann. Komm ich da ran. Ich muss da. Warte mal. Gehen wir nochmal da zurück. Nach rechts. Irgendwie geht es da dann rein. Nein. Das heißt. Hier. Ah. Warte mal. Hier geht es auch noch rein. Jo. Das ist das schon besser. Da haben wir das. Jawohl. Haben wir das auch noch gefunden. Wie gesagt. Wenn ihr das lesen wollt. Einfach das Video mal an der Stelle auf Pause machen. Gut. Da haben wir das auch noch. Aber hier fehlt noch ein bisschen mehr. So jetzt mal immer gerade gucken. Wo war ich denn schon überall? Ich habe keine Ahnung. Da bin ich jetzt gewesen. Da habe ich jetzt. Hm. Okay. Ich habe keine Ahnung. Wo ich schon überall war. Aber ich will auf jeden Fall alles haben. Wenn nicht. Dann muss ich das wieder aus dem machen. Denke mal. So schlimm wird das auch nicht sein. Hauptsache. Wir haben ein bisschen Action gehabt. Hier war ja nichts mehr. Außer Sprit. Da unten bin ich ja gewesen. Da drin. Hm. Guck mal, ich bin so blöd gearbeitet. Meine Fresse. Das ist aber manchmal richtig schwer zu machen. Finden alles. Ich will hier vorne noch mal gucken. Ob ich hier noch was finde. Warte mal, hier geht es da auch irgendwie durch. Aber ich glaube, da ist nur so ein Schleichweg. Irgendwie nach draußen. Ja. Hier ist nichts. Nischt. Ja, hätte ich auch von hinten reingekonnt. Aber das mag man nicht. Von hinten kostet eine Steuer. Gut. Machen wir uns wieder rein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fehlt uns noch eine Insignie. Und zwei... Ähm... Zweimal Schrott. Vorne noch mal schauen. Halt! Warte mal. Okay, hier... Ah, der war aber gut geschützter Tank, würde ich sagen. Die waren ein bisschen schlauer als die anderen. Haben den Tank nicht so offen dahin. Okay. Echt jetzt? Ach komm schon, hier muss doch irgendwo... Gut. Okay. Ich will euch jetzt nicht weiter mit meiner Suche hier langweilen. Ich werde das auf jeden Fall noch suchen. Ich will überall 100% haben. Das heißt, das habe ich bei den anderen da auch gemacht. Will ich euch mal gerade zeigen. Hier ist alles. Da ist alles. Da ist alles. Also ich habe im Nachhinein nochmal alles weggesucht. Gut. Ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und tschüss.